Also, dann wollen wir denen mal zeigen, was wir drauf haben, Baby. Samantha, wir können! Ja! Wow, das war echt super, Chef! Und ich? Wir sind die Besten! Hey, echt cool, dieser Surf-Goal! Äh, nicht so schnell, Wiener! Was? Ich höre dich nicht! Pia! Schneller! Hat dein klemmer lahme Beine, oder was? Er heißt Mistral und jetzt lass ihn erstmal warm werden, bevor du dich aufregst. Los, vorwärts, du Esel! Oder ich mache einen Drahten aus dir! Alles okay, Pierre? Nichts gebrochen? Nein, aber das hast du mit Absicht gemacht. Bestimmt war das Absicht! Hör auf, das reicht Mistral. Und du hör auf, ihn zu ärgern. Na komm, trainieren wir weiter. Hey, Leute! Ich hoffe, ihr habt ordentlich Kohldampf. Ich habe euch nämlich ein paar meiner Spezialitäten gemacht. Ja! Algensalat, leckeren Artischockensaft und Tofu-Schnitzel. Super, Xavier. Sieht echt lecker aus. Ich liebe Tofu. Was du magst, mag ich auch. Na dann, greif einfach zu. Dein Brett ist der Hammer, Nico. Darf ich's mal ausprobieren? Nein, tut mir leid, Kevin. Mein Baby surft nur mit mir. Nico und sein geliebtes Baby. Echt witzig. Oh nein! Karamell nicht! Mein Apfel-Dorf, Max! Gib's mir zurück! Tja, verfressen wie immer die gute Karamell. Hey, Pierre. Unser Start ging leider in die Hose. Aber das kriegen wir noch hin. Du musst dich nur an Mistral gewöhnen. Nett gemeint, aber ich mag Keule nun mal nicht. Und deinen schon gar nicht. Bring ihn ordentlich zum Laufen. Mehr verlange ich nicht. So ein sturer Esel. Ah, wohl eher ein sturer Krake. Lass es los! Gib's her! Ich brauch das noch! Als Nachtischmöhren in Honig. Hör zu, Pierre. Du musst Pferde ja nicht mögen. Aber wenn ein Pferd dich respektieren und dir gehorchen soll, dann musst du es auch respektieren. Ach ja? Soll ich etwa auch noch mit ihm kuscheln? Auf die Plätze für den ersten Wettbewerb! Den Tempo-Wettkampf! Und los! Und das Team Wiener und Angelou startet als erstes. Angelou's Stil kann man nur als krass akrobatisch bezeichnen. Wow! Und schon folgen Anna und Simon, die sofort nach dem Start richtig auf die Tube drücken. Schneller, Prinzessin! Sie legen ein tolles Rennen hin. Bravo! Wie schlecht! Wie schlecht! Schau, alter Grauel! Beweg deine Keulen, du Loser! Samantha, wir können! Komm, Bibi, wir zeigen dir mal, wer hier der Chef ist. Wow, was für ein Start, wie schnell sie sind, Nico hat's echt drauf. Und das war's, sie legen die beste Zeit hin, super. Ja, Nico und ich sind ein Wahnsinns-Team, echte Champions eben. Lina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren, für Lina ist das völlig normal.